Wir sind in Großsteinbach und schauen uns heute eine ganz spezielle Blüte an. Ich bin gemeinsam mit Karl und Hans Groß da und gleich einmal an dich die Frage, Karl, wo genau sind wir da bitte? Einen Kilometer vom Zentrum vom Ort weg auf der Schachblumenwiese. Da ist der Ausgangspunkt. Da ist der Ausgangspunkt für kleine Wanderungen. Was ist das Besondere an dieser Blüte? Dass diese Blume sehr selten ist, dass es nur zwei Vorkommen gibt in Österreich. Wir versuchen als Bergwächter unsere Blume zu schützen und zu pflegen und zu erhalten. Bei der Infostelle oder Ausgangspunkte von der Berg- und Naturbacht findest du auch Infomaterial, Postkarten und einen sehr guten Rosé. Und gegen eine freiwillige Spende könntest du gern die Materialien mitnehmen und ein Achtelweinkosten.